Eine Staubschicht hatte sich auf dem Karton gebildet. Beim Öffnen des Deckels wirbelte sie auf. Keinen Wimpernschlag später musste ich niesen. Das liegt da wohl schon länger, fasste Sarah folgerichtig zusammen. Er wischt, sagte ich und kramte derweil in der Box nach besagtem Foto. Es dauerte etwas, bis ich es zutage befördert hatte. Kaum dass Sarah es allerdings in Augenschein nehmen konnte, begann sie heftig zu lachen. Das bist wirklich du? Das ist doch ein Scherz. Du siehst ganz anders aus, so... Aus der Zeit entrückt? Sarah nickte. Mom hat die Bilder extra von einem Fotografen machen lassen, der dafür eine uralte Kamera angekarrt hat. Das Bild ist in Sepia-Optik und wirkt damit noch älter. Also ja, man könnte meinen, auf dem Bild wäre mein Uropa zu sehen. Sarah besah sich alle Einzelheiten der Aufnahme noch etwas genauer. Wenn man länger hinsieht, erkennt man dich aber sehr gut. Die großen, wachen Augen, dieser interessierte, leicht zurückhaltende Blick und dieser Mund. Sarah löste ihren Blick und sah mir direkt auf die Lippen. Dabei reichte sie mir das Bild zurück. Unsere Hände berührten sich kaum merklich. Dennoch hatte ich das Gefühl, sie jetzt und sofort festhalten zu müssen, damit sie mir kein anderer wegschnappte. Bevor wir noch etwas sagen oder machen konnten, klopfte es an der Tür. Seid ihr beiden fertig? fragte Julia und klopfte erneut. Sofort, bestätigte ich ihr, als mir siedend heiß einfiel, dass Sarah bereits umgezogen war, ich selbst allerdings ganz vergessen hatte mir auch etwas Neues überzuziehen. Ohne darüber nachzudenken, zog ich mir den dunkelblauen Pullover über den Kopf und nahm das Shirt darunter gleich mit. Erst als ich die Schnalle meiner Hose öffnete, bemerkte ich Sarah aus dem Augenwinkel, die mich mit einer Mischung aus Faszination und Irritation anstarrte. Ich sollte wohl besser draußen warten, sagte sie schließlich und wagte es nicht, mich abermals anzusehen.